Vodafone zeigt hier auf der IFA 2013 in Berlin unter anderem auch die Easybox 904 XDSL. XDSL deshalb, weil sie neben VDSL auch die anderen DSL Varianten unterstützt. VDSL Kunden bekommen sie aktuell schon ausgeliefert. Für ADSL Kunden soll es im Laufe des Jahres der Fall sein. Hier im Display kann ich über Touch mir auch eine Installationshilfe anzeigen lassen, die direkt symbolisiert, wie ich analoge oder ISDN Endgeräte mit der Easybox verbinde. Die dafür notwendigen Anschlüsse befinden sich auf der Rückseite. Hier die analogen Ports für Telefon und Anrufbeantworter und Faxgerät. Ein ISDN S0 ist auch mit an Bord, wahlweise per Westernstecker oder mit Klemmenbeschaltung. Vier Gigabit LAN Ports. Hier auf der Rückseite und hier oben auf der Oberseite gibt es zwei USB Ports, um beispielsweise eine Festplatte anzuschließen. Die Easybox 904 unterstützt WLAN bis zu 300 Megabit pro Sekunde in beiden Frequenzbereichen, also 2,4 und 5 Gigahertz. Auch zwei WLANs simultan, sprich Sie können Ihren Gästen ein eigenes WLAN anbieten, das von Ihrem Heimnetzwerk getrennt ist. Hier haben Sie einen WPS Button, um Ihre WLAN-Geräte leichter mit der Easybox verbinden zu können. Und auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich der SIM-Karten-Slot. Wenn Sie ein Surf-Sofort-Paket buchen oder auch für eine UMTS-Fallback-Verbindung, falls der DSL-Anschluss einmal ausfällt, ist in der Box eben auch ein entsprechendes Funkmodul integriert. Neben der Anschlussmöglichkeit für Telefone ist auch ein Anrufbeantworter integriert, also eine vollwertige Telefonanlage und DSL-Router in einem.